wir haben hier dreier shots von pyroland im test und zwar sind das folgende effekte einmal checker cracker dann hier glitter flitter cracker gold und hier haben wir brokat und coco glitter wir fangen an mit checker cracker dann glitter flitter dann brokat gold brokat und dann coco glitter so 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 Und jetzt geht's. ja ich bin auf jeden fall positiv überrascht von diesen röhrchen hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht absolute tolle neuheiten von pyroland richtig richtig schön